Hey Nahim, wir müssen das Intro noch drehen. Hallo. Digga, ey, du weißt das, Digga. Ey, wo ich bin... Ey, das Ding ist, ich bin grad wirklich was eingeschlafen. Scheiße. Das Ding ist, also jetzt NoCaptic Kisses sind halt wirklich voll bequem. Boom, Leute, mein Name ist Simon Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute drehen wir Erkenne die Asiatin. Es haben sich sehr, sehr viele von euch die weibliche Version von Erkenne den Asiaten gewünscht. Deswegen haben wir das Ganze heute umgesetzt. Die Folge ist richtig nice geworden. Wir alle waren extrem gut gelaunt in der Folge. Und die Folge hat auch einfach richtig Spaß gemacht zu drehen. Und was mir dabei aufgefallen ist, ich denke mal, einer der Gründe jetzt NoCaptic wird sein, dass ich in letzter Zeit einfach deutlich, deutlich besser schlafe. Und deswegen kommen wir auch zum heutigen Partner des heutigen Videos, nämlich Emma-Matratzen. Ich muss sagen, mir ist aufgefallen, wie wichtig Kissen, Matratze fürs Schlafen sind. Und eine wichtige Sache darf man halt echt nicht unterschätzen. Man schläft ein Drittel seines Lebens auf einer Matratze. Und ja, da sollte man sich auf jeden Fall dann für die Richtige entscheiden. Und es gibt eine Besonderheit für euch, Freunde. Nämlich bis zum 10.04. gibt es noch einen Riesensale bei Emma-Matratzen. Auf ausgewählter Artikel gibt es nämlich bis zu 40% Rabatt. Und ihr bekommt nochmal, speziell mit meinem Code ErkenneEmma, nochmal ganze 5% on top. Emma-Matratzen ist euer Online-Shop fürs Schlafen. Und ihr bekommt dort alles rund ums Thema Schlafen. Das heißt, Matratzen, Decken, Kissen und noch vieles weiteres. Da könnt ihr gerne auf den Online-Shop von Emma-Matratzen schauen. Und was natürlich sehr, sehr nice ist, ihr bekommt kostenlosen Versand bei Emma-Matratzen. Ihr kriegt eine kostenlose Abholung. Auch extrem geil. Ihr könnt bis zu 100 Nächte Probe schlafen und habt ganze 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Es eignet sich für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Und ihr habt abnehmbare und wechselbare Bezüge. Deswegen, Freunde, checkt über den ersten Link in der Videobeschreibung Emma-Matratzen ab. Wie gesagt, ihr bekommt mit meinem Code nochmal ganze 5% on top. Und denkt dran, bis zum 10.04. bekommt ihr sogar ganze 40% auf ausgewählte Artikel. Und mit dem Code ErkenneEmma bekommt ihr nochmal quasi ganze 5% on top. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, schnacken wir gar nicht kurz rum. Wie ihr wisst, das Ganze mache ich heute nicht alleine. Sondern ich habe mir eine Special-Jury eingeladen, die mir heute dabei helfen soll, die echte Asiatin zu erkennen. Und ja, ich bin extremst gespannt. Ich bin sehr, sehr gehypt, Freunde. Es wäre natürlich sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal noch einmal abonnieren würdet. Weil es kann sein, dass solche einige Videos gar nicht erst angezeigt werden. Deswegen wäre es sehr nice, wenn ihr das noch tun würdet. Und ich würde sagen, wir schnappen auch gar nicht mehr kurz rum. Sagen wir bitten unsere Special-Jury einmal mit dem Rollstuhl! Oh mein Gott! Ich zitter, Jungs. Servus, Bro. Oh mein Gott, Ryan Hayashi. Alles geht, alles gut? Alles gut. Setz euch bitte. Oh, Seltex auch mit Notizblock heute, oder wie? Ich habe gelernt von der letzten Folge. Ja. Ey, die Folge kam ja richtig gut bei den Zuschauern an, ne? Ja? Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Hat jetzt irgendwie 1,4 Millionen Aufrufe. Aber das war auch eine der einfachsten Folgen, die du gemacht hast, ne? Deswegen. Deswegen dachte ich so, okay, ein bisschen langweilig, weil es zu easy war. Aber es kam geisteskrank an. Deswegen dachten wir, dass wir heute direkt einen zweiten Teil draus machen. Geil. Was glaubst du diesmal? Wieder easy für uns, oder? Boah, ich glaube, diesmal wird es ein bisschen schwerer. Ich hoffe es. Ich denke, die, die gepickt haben, haben jetzt darauf geachtet, dass es jetzt nicht so obvious ist. Vor allem, wir drehen heute nicht Erkenne den Asiaten, sondern Erkenne die Asiaten. Ich glaube, das wird einfach für mich, Bro. Ich kenne mich aus mit asiatischen Frauen, ja. Okay. Boah, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Erzähl. Du warst in, ne, erzähl erstmal, wie warst du in, du warst jetzt in Bangkok, ne, in Thailand. Thailand, ja. Und wie warst du? Bist du jetzt Halbthailänder? Ja, quasi. Also ohne Spaß, ich glaube, die längste Zeit, wo ich im Ausland war, war wirklich in Thailand. Geil. Ich war nicht mal so lange in Ghana. Jetzt bist du auch Profi. Guck mal, ich habe hier extra aus Vietnam mitgebracht. Was ist das? Yum, yum. Yum, yum. Noodle super, Bro. So ein Ehremann. Selting ist so korrekt, ne? Selting ist so korrekt, Bro. Er ist mein Lieblingsneffe. Nice, ich danke dir, Bro. Geil. Ja, also ich zähle mich quasi jetzt auch zu euch so ein bisschen, also ich bin ja jetzt auch so ein bisschen Asiate, oder? Gehör ich in den Club, so nach Batavila? Gehörst du, Bro, du bist ein... Drei Monate Thailand. Ja. Du warst dieses Jahr mehr in Asien als in Deutschland. Ja. Ja, stimmt. Krass. Ja, stimmt. Okay, dann würde ich sagen, schau mal erstmal gleich kurz rum. Achso, ganz wichtig, check die bitte aus. Alles von den Jungs in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, mit unseren Teilnehmern... Open the line! Let's go. Spott, was habt ihr? Erster Eindruck? Auf den ersten Blick, ich vermute vorne links lange Lederjacke, wahrscheinlich nicht mit den langen Beinen. Also Jaten sind doch eher klein, oder? Ja, und haben oft kürzere Beine. Und hinten links mit Streifen, würde ich auf den ersten Blick sagen wahrscheinlich auch nicht. Die anderen drei könnten hinhauen. Aber es gibt ja auch immer wieder so Ausreißer, weißt du? Ja. Okay, ey, ich bin so gespannt, ne? Ich bin so gespannt, ich freue mich richtig auf die Folge. Okay, dann würde ich sagen, kann sich die erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. So, mein Name ist Betil, ich bin halb Türken, halb Thailänderin und ich bin 19 Jahre alt. Halb Thailänderin? Ja. Was heißt Samadhika? Das heißt Hallo. Bester Mann. Thailänderin, was ist denn die Hauptstadt von Thailand? Sorry, ich bin grad voll nervös, aber ich weiß also. Ich bin dort nicht aufgewachsen, meine Mutter auch nicht, also meine Mutter kommt aus Thailand. Ganz kurz, die Hauptstadt von Thailand? Wie bitte? Die Hauptstadt von Thailand? Hong Kong, denke ich. Ich weiß es nicht. Wie hast du es gerade ausgesprochen? Ich weiß es nicht, also ich denke Hong Kong. Hong Kong? Also ich als Thailänder fühle mich gerade sehr angegriffen mit Schuss. Warst du schon mal in Thailand? Nein, also meine Mutter fährt nicht gerne hin, deswegen war ich auch noch nie dort. Okay. Dein Vater ist Türke und deine Mutter ist Thailänderin? Genau. Sprichst du thailändisch mit deiner Mutter? Nein, sie kann es auch nicht, also sie kann es auch kaum. Sie ist nicht mit ihr Entlein aufgewachsen. Sie ist bei einer Pflegefamilie in Deutschland aufgewachsen. Sie ist Türkein? Sie ist ganz Türkein. Sie glaube ich auch. Du bist ganz Türkein. So safe. Ey, du weißt doch zumindest die Hauptstadt von der. Ja, Hauptstadt ist schon hammerhart. Welche Sprache sprichst du mit deiner Mutter? Deutsch? Und die kann auch Türkisch, meine Mutter. Deine Mutter spricht auch Türkisch? Teilweise. Weißt du, wo deine Mutter geboren ist? Ratchasima, das weiß ich ja. Das ist auch unbekannt. Ist das in der Nähe von Bangkok? Ja. Also denke ich. Und Hauptstadt von Thailand? Weiß ich immer noch nicht. Ich bin sehr schlecht in der Geografie, sorry. Das ist hart. Das ist hart. Ja gut. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist unmöglich. Das muss ja nicht jeder wissen. Äh. Denk ich mal. Weiß ich das nicht. Ja, ja, ja. Also muss jetzt nicht jeder unbedingt wissen. Aber wenn du halb Thailänderin bist, würde ich sagen, weiß man das. Wie gesagt, ich bin nicht thailändisch aufgewachsen. Ja, aber man interessiert sich ja so ein bisschen dafür. Wer kocht zu Hause? Meine Mutter und manchmal auch mein Vater. Was kocht deine Mutter so zu Hause? Auf jeden Fall nicht thailändisch. Also das muss ich auch sagen. Also wenn du jetzt da drauf willst, die kocht nicht thailändisch, weil das auch nicht kann. Sie ist ja auch gar nicht thailändisch aufgewachsen, meine Mutter. Die ist bei einer deutschen Pflegefamilie aufgewachsen, deswegen kocht sie meistens deutsch. Und mein Papa kocht türkisch. Sie ist bei einer deutschen Pflegefamilie in Thailand aufgewachsen? Nein, hier in Deutschland. Aber sie ist in Thailand geboren? Ja, aber ist in der Stadt lange geblieben. Die ist mit sehr jungen Alter nach Deutschland gekommen. Kann es sein, dass du das Ganze vielleicht einfach nur sagst, damit wir dir keine Fragen zu Thailand stellen können? Nein, weil ich das wirklich nicht weiß. Also wirklich. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir danken dir erstmal und wir machen erstmal mit der nächsten weiter. Hallo, ich bin Mai und ich bin aus Düsseldorf, 19. Ähm, ja, ihr könnt mir Fragen stellen. Also meine Mutter ist Japanerin und mein Vater koreaner. Japanerin? Ist Mai nicht eher so ein vietnamesischer Name? Nee, nee, Mai ist auch japanischer Name. Also mein Bruder heißt Kevin, das ist ja auch ein deutscher Name. Annyeonghaseho. Also ich kann nur die Basics, weil ja koreanisch, japanisch. Also ich kann sowas wie ich heiße. Also ich rede halt mit meinen Großeltern nur ganz wenig japanisch. Kannst du mal so einen Basic Dialog mit Ryan führen? Genki desu ka? Genki desu ka? Annato wa onamae wa n desu ka? Äh, watashi wa genki desu. Watashi no onamae wa Hayashi desu. Watashi no onamae wa maye desu. Nansai desu ka? Ähm, watashi wa juku saidesu. Also ich kann nicht so gut japanisch, aber ich rede auch mit meinen Eltern meistens deutsch, deswegen. War das richtig? Es war richtig. Ja? Oder war das voll gut, fand ich. Ja, es war gut. Ich hab gefragt Name und Alter, es war gut. Aber sehr deutscher Akzent. Ja, ich leb auch in Deutschland. Also das sagen die auch in Japan immer. Zum Beispiel ich geh so einkaufen und dann sagen die immer, dass ich einen ziemlich anderen Akzent hab. Da muss ich auch immer erklären, ja ich bin aus Deutschland. Aber das ist bei mir auch so rein. Wenn ich in Vietnam bin, wenn ich ein, ich sag ein Wort und die wissen schon, dass ich aus Deutschland komme. Wenn du Vietnamesisch sprichst. Ja, das hört man raus. Sag ein Wort auf Vietnamesisch. Xin chào. Ja, ich höre es auch. Du bist Deutsche. Gut. Warst du schon mal in Japan? Ja. Wo? Kitakushu. Also da kommt meine Mutter her. Also das ist in der Nähe von Fukuoka. Ich war aber auch in Kyoto und Tokio. Hauptstadt von Japan? Tokio. Hauptstadt von Südkorea? Äh, Seoul. Warst du schon mal in Südkorea? Das auch leider nicht. Also mein Vater kann auch koreanisch und japanisch. Deswegen sind wir eher japanisch aufgewachsen. Wie haben sich deine Eltern umgelernt? In Deutschland tatsächlich. Also nur meine Großeltern sind halt von Japan und Korea. Südkorea. Aber sie macht es gut. Sie macht es sehr gut. Also ich finde sie authentisch bis jetzt. Okay, habt ihr ansonsten noch Fragen? Sonst würde ich vorschlagen, machen wir erstmal mit der Nächsten weiter. Okay. Okay. Hi, ich bin Nisa. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe Mannheim. Ich bin halb Deutsch und halb Thai. Oha, dann bist du aber sehr groß für eine Thailänderin, ne? Ja, mein Papa ist groß. Wie groß bist du? 1,73 ungefähr. Ich habe Plateauschuhe. Was ist die Hauptstadt von Thailand? Bangkok. Warst du schon mal in Thailand? Ja, dreimal. Wo? Also meine Mama wurde in Chiang Mai geboren. Aber wir kommen in Nähe aus Udon Thani. Also ein Dorf in der Nähe davon. Ein Dorf kann ich nicht aussprechen, den Namen. Ja, also wir waren immer bei meinen Eltern halt. Also meinen Großeltern. Kannst du thailändisch? Schwierig. Ich kann die Basics. So, Sabaidi Mai. Oder keine Ahnung. Also ich kann nicht so gut thailändisch, aber ich verstehe viel. Wann kannst du thailändisch? Ich mag dich. Sahwati Kap. Wo gehst du? Hast du Freundin? Ich mag dich. Guck da hinten hin, man hat voll Flashbacks. Warst du schon mal Thailand? Ja, Bro, ich liebe Thailand. Jetzt ernsthaft? Ja. Geil. Was hast du so gemacht? Du bist mein Neffe. Ich habe Reis mit Curry gegessen. Sonst nichts. Muay Thai. Muay Thai. Thai-Boxen habe ich gemacht. Ja? Ja, das war... Ey, was eigentlich mal richtig krass wäre, wenn du mal mitkommen würdest nach Thailand. Wir planen jetzt bald eine Folge mit Sammy. Ja? In Thailand. Okay, das wäre cool. Hättest du Lust? Ja. Geht's ernsthaft? Wir gucken wann das ist, weil ich bin in Nordamerika... Ab wann? Drei Wochen im April. Aber danach... Das kriegen wir hin. Würdest gehen. Das kriegen wir locker hin. Boah, das wäre glaube ich richtig lustig. Und wenn dann mal ein Celtics auch noch dazu kommen würde? Boah, diese Konstellation in Asien? Das wäre schon krass. Sammy, Celtics und Ryan? Oberkörperfrei in Thailand. Wir trainieren ein paar Tage dort. Wir kommen zurück so richtig ripped. Alle mit Sixpack. Also die Zuschauer könnt ihr mal schreiben, ob die Lust darauf hätten. Aber ich... Also ich wäre safe am Start. Ich würde sofort organisieren. Safe? Safe. Ich mach mit Bro. Hand drauf. Oh. Ditt ditt ditt! Ditt 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 jaaaaahhhhhh. Ihr habt die Hand drauf gegeben. Die Zuschauer haben den Beweis. Ich weiß, wir nehmen Thailand auseinander. Die Zuschauer können mir ja mal schreiben bei Instagram, was sie so sehen wollen aus Thailand. Oh mein Gott, ich habe so viele Nachrichten bekommen mit Ladyboy. Boah, das ist hart. Ich kenne den Ladyboy. Das wollten so viele sehen. Wie willst du das denn machen, Bro? Ich bleibe hinter dem Tisch, Bro. Ich stelle nur Fragen. Hallo, show me here, please. Und du gehst dann direkt zu denen und du sagst, hey, what's up? Du leitest, er kenne den Ladyboy, ich leite, er kenne die Bargirls. Du kennst die Bargirls aus Thailand. Die sitzen vorne und sagen, oh, was willst du trinken? Komm rein, ein Bier, nur 50 Euro für dich, ich mag dich. Ja, ja, er kenne die Bargirls. Okay, ich würde sagen, wir machen erst mal weiter. Habt ihr sonst noch Fragen an? Eine Frage an Vanessa und Mai. Sa, kannst du, bleib wie du bist, deine linke Hand heben? Und Mai, bitte deine rechte Hand neben Sa, die Hand. Guck den Unterschied. Guck diesen Unterschied. Also, hmmm, asiatische Mädels haben meistens kleinere Hände. Das ist ja halb, das ist ja halb deutsch. Stimmt, das heißt, es könnte sein, dass sie echt deutsche Gene hat. Und ich habe in Thailand auch sehr viele große, naja, obwohl, ob das Frauenbad war, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber wenn ich gerade so überlege. Ich habe auch Nägel, also ein bisschen längere, meine Finger gehen, also das ist mein Nagel. Ach so, krass. Oh, okay, okay. Ja, deswegen, also, nur zur Information. Okay, könnte sein. Könnte sein. Könnte sein. Also, eins muss man sagen, die machen es richtig stark. Also, es wird schwieriger für uns heute. Ja. Diesmal ist schwieriger als letztes Mal. Ich kenne den Asiaten. Genau. Also, ich finde, die macht es auch richtig gut. Ja, ja. Dann dank dir erstmal, aber ich vorschlagen, machen wir mit der hinten rechts einmal weiter. Hi, mein Name ist Janett, ich bin 21 Jahre alt, bin Vietnamesin und komme aus Hannover. Xin chào. Chào an. Chào chú. Bist du Nord? Äh, Süd. Süd ist wo? Unten. Ja, aber welche Stadt? Ach so, ähm, aus der Nähe von Saigon aus Mitor. Klingt irgendwie ein bisschen afrikanisch, oder? Also, guck mal, es gibt Nord, das ist Hanoi, das ist die Hauptstadt, da komme ich her. Und es gibt einmal Süd, Saigon und Ximing. Und das ist gefühlt eine andere Sprache, ich verstehe das nicht. Ja? Das ist so ein komischer Akzent für mich. Ganz anderer Dialog, wie Deutschland, Schweiz. Hast du den Akzent rausgehört? Ja, ja, klar. Ich habe nichts verstanden. Ach so, stark. Versteht man das gar nicht? Doch, schon, wenn man sich anstrengt, ey. Könnt ihr euch beurteilen so ein bisschen? Ich kann. Kein Vietnamesisch sprechen. Kannst kein Vietnamesisch? Nee. Aber beide Eltern aus Vietnam? Ja. Okay, wer kocht zu Hause? Ähm, abwechselnd, meine Mama, mein Papa. Was kocht deine Mutter so? Hm, ja, üblich. Für manchmal Ban Bao, Ban Sao. Okay, krass. Ja, mein Vater dann so Lasagne oder sowas, er kann nicht so gut kochen. Authentisch. Ihr Celtics, tu das zwischen eure beiden Gläser, bitte. Okay. Jeannette, kleiner Test. Äh, du darfst Mikro in der Hand behalten. Was? Das war der erste kleine Test, weil die Europäer reagieren darauf, das heißt, komm bitte zu mir. Ich seh gar nichts. Ach so, kannst du nicht sehen? Also ich seh fast nichts. Ich hab so gemacht. Ich seh immer nichts. Echt? Oh, okay. Eigentlich kann man nur durchsehen. Also ja, ich hab Wimpern drauf und ich bin kurzsichtig. Ah, okay, okay, okay. Gute Ausrede, wenn ich was. Okay, ich hab die Hand statt Handflasche nach oben, wie Deutsche und Europäer reagieren, kommst du bitte hier. Umgekehrt, Hand zeigt nach unten, weil Vietnameser und alle Asiaten, wir machen das so. Kannst du sehen, da steht eine Flasche Wasser auf dem Tisch. Kannst du diese Flasche sehen? Du kannst näher kommen. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Du kannst hier bleiben. Ja, ja, du kannst hier bleiben. Angenommen, ich bin der Bruder von deinem Vater und zwar der ältere Bruder von dein, sagen wir, biologischer Vater. Das heißt, du bist meine Nichte, ich bin dein Onkel. Angenommen, das ist dein Cousin, er ist älter als du und... Ich glaub, sie ist schwarz. Mein Bruder... Das erkennst du, Bro, das sagst du mir. Also würden wir jetzt erkennen, die schwarz drehen, wenn ich sag, okay. Das ist echt random. Okay, ich mache weiter Tests. Ich mache weiter Tests. Keine Ahnung, ob sie Afrikanerin ist, kann sein. Ich bin dein Onkel und zwar älter als dein Vater. Das ist dein Cousin, sehr älter als du. Und der liebe Nahim, ich habe ihn zu uns eingeladen, er ist ein Bro, ein Kumpel von mir. Du kannst Pantomimisch zeigen, du musst nicht wirklich schenken. Kannst du bitte uns was zu trinken geben? Wir haben alle drei Gläser. Wir würden was gerne trinken. Okay, obwohl die Flasche da war, warum ich zuerst? Weil du mein Onkel bist. Das haut hin. Weil bei uns in der Kultur das eine Rangordnung, eine Hierarchie. Das heißt Vater oder ältere Onkel oder Opa zuerst. Krass. Erkennst du wirklich? Hast du mal Erkenne die schwarze Schwarzien gemacht? Ja, ja. Schwarze Mädel? Was heißt Schwarzien? Erkenne die Schwarzien. Ich sage Schwarze. Schwarze ist doch richtig. Okay. Und das könntest du besser erkennen als wir, weil du die Körpersprache kennst. Ja, ja. Also die Folgen waren sehr, sehr leicht. Also ich hätte jetzt gedacht, dass sie schwarz ist. Immer noch. Aber ich weiß es nicht. Obwohl, ich habe ein besseres Auge dafür als der durchschnittliche asiatische Kerl. Ja? Ja, damals als ich 20 war, Student damals. Ich hatte in Kanada eine schwarze Freundin. Beide Eltern aus Afrika. Ja? Ja. Damals mit R'n'B und Mary J. Blight. Die hatten so Attitude. So ein Vibe. Hey, yo, what's up? Girls, what are you gonna say? Da-da-da-da. Und dann alle die asiatischen Jungs waren so, ja, okay, alles klar. Und dann, ich habe gesagt, hey, ich muss eine klar machen, bros. Okay, nach Thailand. Selbe Konstellation. Team in Afrika. Ich sage alle die Frauen in Afrika so, im späten Sommer gehen wir nach Ghana. Weltreise hier. Du denkst, ich feiere sowas richtig, ne? Diese Ghana-Idee. Ich habe fast Bock zu sagen, Hand drauf, aber nee, das ist zu viel. Machen wir doch, machen wir doch. Wenn wir in Thailand sitzen. Stimmt. Dann müssen wir da die Hand geben. Aber dann kriege ich Sidejeans Outfit, damit wir wie ein Team aussehen? Safe. Neue Kollektion kommt ja am 7.5. Übrigens gibt es bei der Kollektion auch was für Frauen. Es wird eine komplett große Kollektion für Frauen geben. Habt ihr das gehört? Haben sie so viele gewünscht. Und da die letzte Kollektion auch sehr viele Frauen geshoppt haben, obwohl wir eigentlich so Frauenartikel hatten, haben wir uns jetzt überlegt, okay, wir machen eine große Frauen-Kollektion. Okay. Ist das geschnitten für schwarze Frauen? Nein, für alle Frauen. Für Frauen, die gut aussehen wollen, sagen wir so. Aber drehst du bitte so Werbespot ich in der Mitte und so 10 schwarze Frauen in Team Outfit? Warum jetzt aber schwarze Frauen? Damit ich mitproven kann. Ladies, come on, let me see your bounce. Uh, 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 yeah. Uh, uh. Say it. Uh, Uncle Ryan. Boah, ich glaub das wär, das muss ich mir gleich aufschreiben, weil das für TikTok wäre krass. Ich glaub die Kampagne geht komplett richtig. Das geht viral, Bro. Das geht viral, Bro. Ich bin weiß. Du bist Asiatin? Ja. Komplett? Ja. Kannst du das beweisen? Wie denn? Keine Ahnung, also sie hat das gut gemacht. Habt ihr sonst noch Fragen? Nee, kommt aber authentisch. Okay, dann dank dir auf jeden Fall, dann machen wir mit der Letzte aber bitte weiter. Hi, mein Name ist Nina, ich bin 18 Jahre alt und wohne in Hannover. Woher kommst du? Ich, äh, ich bin halb Deutsch und halb Chinesin. Meine Mom ist Deutsch, mein Dad ist halb Chinese. Aber wir leben nicht miteinander. Ni hao, ni shuo zhongwan. Aber sprechen kann ich leider nicht. Nein. Ich kann nur Ja sagen, aber mehr auch nicht. Ich lebe mit meinem Vater nicht mehr zusammen. Meine Eltern sind nämlich getrennt deshalb. Seit wann? Seitdem ich drei Jahre alt bin. Also bist du komplett Deutsch aufgewachsen? Tatsächlich. Zu meinen Großeltern habe ich auch keinen Kontakt. Also, die wohnen ja auch in China. Es ist halt die Frage, ob du bei Kennedy Asiate mitmachst und dann nichts über China erzählst. Das ist halt wie dieses Halb-Halb-Tricky. Obwohl, naja, ich glaube wir haben bei Kennedy Schwarzen gedreht und der kannte auch nichts über sie im Heimatland. Ich finde diesmal alle fünf Geschichten könnte stimmen. Es ist, ganz kurz, es ist diesmal voll schwer. Ja, ja, ja. Ich finde es schwer diesmal. Jetzt, wo wir alle Geschichten gehört haben, darf ich zu den Kandidatinnen und dann begrüßen mit Hand und dann. Ja. So, yo, what's up? Okay. Hallo. Ich komme zu euch. Ich sage erst Hallo. Hallo. Hey, what's up? How are you? Hallo. In Deutschland würde ich so machen, aber in Japan, weil das ist respektlos. Vielleicht. 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 Hallo. 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 Aber in China macht man nicht immer so, sondern man sagt Mi Hao. Nice try, netter Versuch. Hallo. Hi, wie geht's? Wie geht's? Gut und selbst. Gut? Ich habe mir vor, jemand grüßt dich so. Ich sage von Gefühl her. Ich habe hier gefühlt, gefühlt Handgelenk, Handform und wie die reagieren. Weil sehr deutsch ist einfach so. Was hat es mit dem Handgelenk auf sich? Die haben, wie soll ich das sagen, von Fußgelenk, Handgelenk im Durchschnitt dünnere Knochen hier. Und die Hände sind zierliche. Wer hat denn jetzt zierliche Hände? Immer noch. Ich habe immer noch dieselbe zwei. Jeannette und Mai. Ja. Also als erstes rauswoten würde ich tatsächlich vorne rechts. Das war Bethül, ne? Ja, genau. Weil wer nicht mal die Hauptstadt von seinem Heimatland kennt. Nachdem wir dreimal Bangkok gesagt haben. Also spätestens da hätte es klingeln sollen. Ja. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wollten wir sie raus, oder? Sind wir uns einig? Ja? Einmal bitte raus! Dank dir auf jeden Fall, aber du bist jetzt einmal bitte raus. So, wen wollten wir als nächstes raus? Ähm, ich hätte gesagt Mina. Halb Deutsch, halb Chinesin war das. Weil sie auch gar nichts weiß. Hätte ich jetzt auch gesagt. Auch dieses, äh, bei uns sagt man Ni Hao. Obwohl du ja noch nie in China warst, glaube ich, oder? Richtig, aber ich habe es mal so gehört. Weil dann würdest du ja nicht sagen, bei uns sagt man das so. Weil du hast ja gar keinen Bezug eigentlich zu China. Richtig, aber mein Vater früher. Ni Hao. Stimmt. Aber die machen das nicht. Das ist Thailand und Indien. Ja, ja. Wieso denkst du dann, dass die so machen? Keine Ahnung. Also mein Vater hat ja auch früher gereist. Ziemlich oft. Vielleicht kann es sein, dass er es halt mal in Thailand oder so gemacht hat. Weiß nicht. Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, oder? Dann danke dir auf jeden Fall, aber du müsstest einmal bitte raus. Das ist so entspannt irgendwie. Irgendwie, irgendwie bist du heute gut drauf. Das ist so entspannt irgendwie. Irgendwie bin ich heute gut drauf. Ich habe immer noch diese Bildung im Kopf. Mit die, mit die zehn schwarzen Frauen mit. Ja. 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 Kennst du Futons? Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ist das das, was man auf dem Boden legt und dann drauf schläft? Ja. Aber ich wusste nicht, dass das so heißt. Aber ja. Kennst du das? Sieht aus wie eine Matratze auf dem Boden quasi. Ja, ja. Ja, ich kenn's. Ich kenn es. Kennst du auch Emma-Matratzen? Also ich habe mal eine Emma gekannt, aber das ist eine blöde Geschichte. Das sind auf jeden Fall die besten Matratzen, meiner Meinung nach. Deswegen bist du so gut drauf. Ja. Du bist gut ausgeschlagen. Das ist das Ding. Was sagst du? Seltex. Sie hat eine gute Geschichte. Die zwei sehen so aus, als ob die Asiatinnen sein könnten. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Was sagst du denn, Vanessa, dass wir die anderen beiden favorisieren? Ja, kein Problem. Also ich weiß, ich bin groß. So. Ich weiß, ich habe lange Finger. So. Mir war das schon klar. Aber ja, was soll ich sagen? Meine Story is real. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie irgendwie ein bisschen authentischer als ganz nichts. Sie hat bis jetzt nicht viel gesagt. Ich habe nur bemerkt über Scheinungsbild. Das Ding ist, ist halt auch die Frage, weil nehmen sie jetzt so Stereotyp, eine Stereotyp Asiatin oder nehmen sie vielleicht mit Absicht eine etwas größere, damit das uns ein bisschen verunsichert. Deswegen bin ich tatsächlich eher bei den beiden Rechts statt Links. Guck mal, sie hat vorhin, als ich gefragt habe nach vietnamesischen Gerichten, oder was ihrem Mutter kocht, hat sie vorher gesagt, das ist so typisch vietnamesisch. Mein Mao, mein Zheo. Bruder, das fällt keinem Deutschen an. Aber sie hat sich vielleicht auch vorbereitet, weil sie wusste, dass so eine Frage kommt. Vielleicht, Nahim. Ja, das ist auch schwierig, wenn sie sagt, sie kann kein vietnamesisch, ne? Kennst du denn die Hauptstadt von Vietnam? Ja, Hanoi. Kennst du den Unterschied zwischen Hanoi und Saron? Nee, den kenne ich nicht. Wie heißt denn der Präsident von Vietnam? Das weiß ich nicht, aber mit sowas, also sowas weiß ich generell nicht. Politik und sowas. Schwierig. Echt schwierig. Also ich hab mal gesehen bei, ich glaube, V1, ich kenne den Schwarzen, ihr habt gefragt, kannst du tanzen? Und dann, ich glaube, zwei von die Bros haben so ein bisschen so typisch so gemacht. Aber jetzt die Frage, was könnten wir fragen, was typisch Asiatin sein ist? Alle drei Kandidatinnen, kannst du mit Stäbchen essen? Wir nehmen einfach zwei Stifte. Ist genau dasselbe. Also ja, ich kann mit Stäbchen essen. Kannst du mal nach vorne kommen? Hier haben wir eine Packung Entegeschmack Yum Yum aus Thailand. Die sind ein bisschen kurz als Stäbchen, aber wenn das Ding steht... Oder auch nicht. Die sind rutschig. Bereit? Kamerablick. Also ist relativ leicht, würdest du sagen? Ja, das geht fett. Sie kann es. Oder vielleicht, wenn man sehr oft in asiatischen Restaurants gegessen hat und viele asiatische Freunde hat. Kann auch sein. Sollen wir die anderen zwei probieren lassen? Ja. Okay. Eito ne Mai-chan. Sugi wa Nihonjin dake. Das sah sehr selbstig aus. Normal. Aber die Reaktion eben, dieses normal. Aber mit dir so am ehesten asiatisch bin ich. Normal alle. Janette, magst du Fö? Ja, mag ich. Was ist dein Lieblings Fö? Fö gar? Fö bo? Also ich mag am liebsten mit Rindfleisch. Was ist Rindfleisch? Wie sagt man Rindfleisch? Weiß ich nicht. Du weißt es nicht? Ne, hab ich vergessen. Ich hab's eben gerade gesagt. Ja, aber du hast ja nicht auf Deutsch gesagt. Deswegen weiß ich's ja nicht. Ne, ich hab's Fö gar oder Fö bo. Ich hab gesagt. Fö gar? Fö bo. Es gibt ja mit Rindfleisch, mit Schweinefleisch. Und es gibt mit Rindfleisch und Schweinefleisch gemischt. Mit Rindfleisch oder? Also ihr habt eine Krähe, was das jetzt genau ist. Fö ist so. Nudelsuppe. 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 Aber das ist mal mit Rind oder Milch. Mit Hühnchen. Aber nicht mit Schwein. Ja. Also meine Mutter macht das gerne mit Schwein. Deswegen. Ich weiß nicht. Fö mit Schwein? Sie macht gerne Schweinegerichte. Hab ich nie gesehen. Okay. Ah, Janette. Kannst du bitte Papiertest machen? Die können das alle. Scheiße. Letztes Mal war so viel leichter. Ey. Genau. Und die letzten zwei. Das war, okay. Erster Versuch war von außen. Wie ein Buch. Aber das war, das war souverän. Das war einfach so. Ich hab's. Tuck. Koreanische Kultur, japanische Kultur. Ähnlich oder anders? Anders. Also, find ich. Okay. Was sind die Unterschiede? Also, es gibt andere Sitten oder zum Beispiel andere Tage, wo man feiert. Aber mein Vater ist ja, also der kann auch japanisch, der kann nicht nur koreanisch. Wir sind eher in der japanischen Kultur so aufgewachsen. Weißt du, wann chinesisches Neujahr ist? Keine Ahnung. Aber in Japan feiert man sowieso kein chinesisches Neujahr. Sondern am ersten. Also meistens mit Kagami Mochi. Also es ist so traditionell. Das tut man so am ersten drauf. Und ich zieh meistens so ein Kimono an, was ich mir anfertigen lasse. Ja. Dann schauen wir mal. Das mit Kagami Mochi stimmt. Also wenn sie nicht die Asiaten ist, macht sie das richtig gut, ne? Ja. Und bei Kagami Mochi ziehst du Kimono an? Äh, nein. Also wenn ich feiere, dann zieh ich mein Kimono an. Hast du schon mal gefeiert im Kimono angehabt? Ja. Also meine Cousins und so weiter waren auch bei uns da. Weißt du, wie man das anzieht? Äh, ja. Also das ist ein Kleid. Das zieht man an und dann hat man hier so. Und dann bindet man das zusammen. Kannst du selber binden? Nein, meine Mutter hilft mir. Kagami Mochi an sich. Das ist ein Objekt. Weißt du, was das ist? Ja, das bringt Glück. Halt ins neue Jahr. Also man lässt das so zehn Tage stehen in der Wohnung. Und dann wird das so hart. Das geht's ja bestimmt. Und dann, ähm, ja. Das ist halt Deko. Manchmal kann man das aber auch mit Essen. Also richtiges Essen machen. Also das ist Deko, ja. Aber das kann man auch essen eigentlich. Aber was ist das? Das ist Mochi und da drüber ist ein Orange drauf. Bro, Bro, das stimmt alles. Sie ist sehr, sehr gut. Und sehr, sehr authentisch. Ich kack ab. Kann das aber jemand wissen, der sich nur so für Japan interessiert und so? Also, weißt du? Theoretisch, wenn man Japan-Fan ist. Man könnte das alles googeln und... Ich hätte mich jetzt, wenn ich mich jetzt vorbereitet hätte, wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet. Diesmal ist schwierig, Bro. Aber das ist gut. Das ist gut. Aber es ist spannend. Ich bin echt gespannt, wer es am Ende ist. Mai, du hast noch Kontakt, ungutes Verhältnis mit beiden deiner Eltern? Mutter und Vater? Ja. Ist es deinen Eltern egal, wenn du einen Freund hast, ob er Asiater ist, weißer, Europäer, Amerikaner, Deutscher oder Schwarzer? Egal, ja. Aber meine Großeltern würden auf jeden Fall sauer sein. Also meine Eltern, die hören eher auf meine Großeltern. Deswegen eigentlich nein. Also die wollen schon einen Asiaten haben, ja. Warum guckst du mich so an? Kennst du meinen Neffe Seltix? Er ist ein sehr guter Junge. Mir ist aufgefallen, sie sagt, ich habe gefragt, ist Rasse egal, Asiater, Weiße, Schwarze? Sie hat gesagt, meine Eltern, hä, aber die hören noch auf meine Großeltern. Das klingt verdammt echt für mich. Also ich muss sagen, nach wie vor finde ich die beiden Links auf jeden Fall immer noch am authentischsten. Rechts ist auch halt sehr, also Vanessa. Ja, sie kennt sich sehr gut aus mit Thailand. Du bist gut. Vanessa hat gute Antworten gegeben, aber... Vielleicht war sie oft im Urlaub in Thailand. Das kann sein. Hat sie vielleicht viel mit der Geschichte befasst und wie das Schulsystem... Und als ich da angegeben habe, Nahim, das fühlte sich an so Richtung so... Deine Hand, das hatte mehr Masse. Okay. Wir müssen eins rausvoten, oder? Eine müssen wir rausvoten, ja. Ich wäre für Vanessa rausvoten. Hätte ich auch gesagt. Ich glaube, ich tatsächlich auch. Nicht, weil du das nicht gut gemacht hast, nur weil die anderen zwei haben Punkte, die mir sehr authentisch sind. Würde ich auch sagen. Dann sind wir uns einig. Okay, Vanessa, dann dank dir, aber du müsstest einmal bitte raus. Oh, es wird richtig schwer. Diesmal ist es wirklich schwer. Ich habe noch ein paar kleine Tests im Petto. Okay. Ich fange an mit Mai. Bitte. Kannst du diese sehen? Diese Packung Nudelsuppe? Isst du sowas? Manchmal. Manchmal? Kannst du es mir bitte einmal geben? Siehst du das? Okay. Angenommen, wir essen zusammen. Wie würdest du Essen bringen und hier auf dem Tisch legen? Nie gesehen? Mit zwei Händen. Ja, genau. Ich bin älter. Und zwar deutlich älter. Das ist deutsch. Das ist Höflichkeitsform. Mir fällt auch gerade auf, Ihre Hände sind noch kleiner als gedacht. Die sind voll mini, die Hände. Janett, weißt du, wann Chinesisches Neujahr ist? Ja, dieses Jahr war es am 22. Januar. Welches Jahr ist es dieses Jahr? Welches Tierzeichen? Ja. Also bei den Wittnamesen ist es anders. Also dieses Jahr war es anders. Hase, aber bei den Wittnamesen war es die Katze. Ist es Hase? Ist es bei euch Katze? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es gerade selbst nicht. Es ist bei uns dieses Jahr Katze gewesen, aber es… Das stimmt, das stimmt. Ein paar von den Symbolen sind leicht anders. Was hat das zu bedeuten? Also sie hat gut geantwortet. Dieses Jahr, Datum stimmt. Korrekt, danke. Chinesisches Neujahr und das ist Jahr der Hase dieses Jahr. Wir haben zwölf Tierzeichen, chinesisches Kalender. Jedes Jahr ist eine andere. Nicht wie europäische. Jede von die zwölf Monaten ist eine andere Symbol. Okay. Wir müssen uns jetzt langsam so Step-by-Step für eine entscheiden. Aber die sind beide richtig. Also ich bin immer noch dafür, dass links black ist. Geh mit ihr eine Runde tanzen, denn du wirst es sehen, oder? Kannst du tanzen, Bro? Jeder Schwarze kann tanzen, außer ich. Was? Nein, ich will nur tanzen mit der von dir organisierten Tänzerin im nächsten Werbespot, Bro. Das machen wir ja. Ich bin in meinem Kopf so. Ja. Darf ich dann auch dabei sein? Ich steppe dann so dazu. Wir tanzen zusammen, Bro. Diesmal Hand drauf. Diesmal Hand drauf. Schuhgröße. Mai, welche Schuhgröße trägst du? 35,5 und 36. Okay. Und Jeanette, deine Schuhgröße? Meine Schuhgröße ist 38,39. Auch klein. Weil das ist auch ein Anzeichen, dass eine Asiatin sein könnte. Ja, aber 38,39 ist ja normal. Ja, das ist eine komplett normale Größe. Mein Gefühl ist jetzt bei rechts. Bei rechts war echt souverän. Auch, dass du gesagt hast, das ist japanisch. Das war zwar mit deutschem Akzent, aber du konntest ja ein bisschen mit dir reden. Ja. Und dieses Neujahrs... Neujahrs... Jaja, das stimmt. Was sagst du Seltex? Da hat echt viel zusammengestimmt bei beiden so. Außer sie weiß, den Präsidenten ist das auch hart. Und ich weiß noch wegen Essen, diese Nudelsuppe. Ich habe gefragt, Pho bou oder a ga. Ich habe gesagt, Hühnchen-Suppe oder Rind. Und sie hat gesagt, ich mache Rind. Eigentlich... Und Schweine! Dieses Schweinsack und dieses Kagmimochi Dings, das... Bei rechts solltest du nicht vergessen, die Erklärung über den Neujahr? Ich weiß nicht jeder! Diese Neujahrserklärung, das hat alles gestimmt. Aber sie wusste auch Chinesisches Neujahr. Muss man auch dazu sagen. Aber wie ausführlich sie das beschrieben hat, ne? Mit diesem 10 Tage warten und trocknen. Okay, das heißt, wir sind uns einig, oder? Rechts ist es. Ja. Darf ich das sagen? Ich liebe es. Wir sind jetzt einig. Wir glauben rechts ist real. Das ist die Mai. Das heißt, links muss leider einmal bitte raus. Das heißt, wir machen jetzt einmal die Auflösung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die werden jetzt nacheinander deren Morph-Suits ausziehen. Und ich habe mir auch noch was Nices überlegt. Das bekommt jeder auch noch am Ende des Tages ein kleines Geschenk von mir. Nämlich wieder von Emma Matratzen. Ich würde sagen, wir machen die Auflösung. Ich bin sehr, sehr verehrt. Ich bin sehr, sehrстанов. Diese Gäste 5 ARD Text im Auftrag von Funk 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 Und jetzt tretet die richtige Person nach vorne Was? Oh ich wusste es! Was? Sie ist die Alpteiländerin! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt wurden wir quasi doppelt geschockt Was? Ich hab doch gesagt ihr dir mit Absicht eine Die ein bisschen größer ist und aus der Norm kommt Ey das habt ihr so stark gemacht ne? Ihr habt das so stark gemacht Wir sind so scheiße Wir sind so schlecht Du bist halb Thai? Ja Ach du Scheiße Die ganze Story war real Krass Gott Alter Wozu hab ich dieses Notizbuch? Ich weiß es auch nicht Es war unnötig Ich bin richtig schockiert Ja das sind diese größten Gene Wahrscheinlich dann von der deutschen Seite ne? Ja meine Schwester die ist zwölf Die ist größer als ich Krass Ich lag richtig falsch diesmal Unglaublich Bro Wir brauchen so 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 Integrationstraining Du und ich in Asien ein Jahr Dass unser Radar wieder richtig Als Trafen müssen wir jetzt ein Jahr nach Thailand Dass auch ich als 5% Thailänder das nicht erkannt habe ist hart Und du? Woher kommst du? Ich bin halb Perserin und halb Afghanin Krass Scheiße ich dachte grad dass sie die Scheiße man ey wir sind so schlecht Aber das war gut Das hab ich erkannt Wenigstens hab ich eine Sache erkannt Aber wie hast du es erkannt? Wir haben es gar nicht gesehen Stimme Das war so Das war so Da hat sie sich verraten Woher das Wissen Woher das Wissen? Durch meine Freunde Achso Die haben dich gecoacht Du hast asiatische Freunde Die haben dich gecoacht Okay und jetzt ganz wichtige Frage Du hast jetzt gesehen direkt wie ich tanze Kannst du dir vorstellen Du plus 9 von deinen Freundinnen In Sidejeans Outfits? Ja Also ich Und dann mit Ryan tanzen Vielleicht wenn meine Freunde Bock haben Ja Ja Und äh Also kannst du uns das mal bitte erklären? Als wäre es so ein Unfall Was soll das? Ich hab euch mit allem verarscht Ich bin Türkin Ich heiß nicht Mai Ich heiß Melike Was? Türkin? Du bist Türkin? Wo hast du das Wissen? Gegoogelt Ich hab mir extra einen Lernzettel gemacht Alter Alles auswendig gelernt Aber generell ich interessiere mich für die Japanische Kultur Deswegen Heftig 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 Ne aber der hat es gut gemacht Ja Geht Krass Hey wir lagen falsch Dein Notizblock hat uns absolut nichts gebracht seit Dix Aber ich danke dir trotzdem für das nette Geschenk Kein Problem Seid ihr jetzt müde? Ein bisschen schlafen Ja? Dann haben wir für euch nämlich was sehr sehr krasses noch Nein du bist der Beste Was mir jetzt nämlich noch aufgefallen ist Dass nicht nur Matratzen extremst wichtig sind Sondern auch Kissen Das habe ich seit den Kissen von Emma Matratzen gemerkt Und gerade ihr seid jetzt bestimmt müde Und aus dem Grund bekommt ihr alle nochmal ein Kissen von uns geschenkt Wow Also gratuliere an alle Ihr habt alle richtig gute Storys abgeliefert Alles für dich Okay Ey habt ihr richtig stark gemacht Also wirklich richtig stark Es war eine richtig starke Folge Wir gehen als Loser nach Hause heute Heute gehen wir als Loser nach Hause Aber mit Emma Matratzen Stimmt wir haben auch noch zwei Pakete für euch Ich fähl mir grad ein Wir haben noch zwei Kisten haben wir noch übrig Bro wenn du mir ein Geschenk mitbringst Gebe ich auch ein Geschenk Und du kriegst auch eins Okay Wenn ihr was erwähnen wollt Dann könnt ihr das jetzt gerne machen Ich grüße nur Frau Wolf Und Jasmin Ich grüße meinen Bruder Meld Und meine Schwester Gilynn Ich grüße Lisa Und ich grüße die echte Janett Und ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen Ich heiße da lauren.ak Und ihr könnt mir auf TikTok folgen Da heiße ich It's just lu Und ihr könnt meiner Tanzgruppe auf Instagram folgen Die heißt collision.dc Ich grüße einmal meine Familie und meine Freunde Sonst habe ich noch Instagram Da heiße ich nini.asar14 Also ich grüße meine Schwester Lena Danach Laura aus Vierenheim Dann den Arian Die Hava Dann Melina Und Nadja Talea Talea Das war's dann auch Stark Ja checkt die auf jeden Fall aus Checkt die Jungs hier bitte aus Und ja checkt Emma Matratzen Ich danke euch auf jeden Fall Jungs Also die Folge war trotzdem stark Danke fürs Einladen War richtig cool Hat richtig Spaß immer toll Starke Folge Alright Dann würde ich sagen Sehen wir uns das nächste Mal wieder Leute Und euch sehen wir wahrscheinlich das nächste Mal wieder in Thailand Woah Woah Bro Ist zwar noch ein bisschen hin aber Wir haben die Hand gegeben Ihr habt die Hand drauf gegeben Alright Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Leute Bis dahin Stay tuned Dicke